Was machen eigentlich normale Menschen nach einer durchgearbeiteten Woche? Ich denke, die wenigsten werden sich mit den Videos von Herrn Lothar Hirneiser beschäftigen. Hallo, liebe Zuschauer, wir werden uns weiterhin mit Lothar Hirneiser und seinen zehn größten Mythen der Onkologie beschäftigen. Ich habe euch seine Person und den ersten Mythos bereits im ersten Video vorgestellt. Solltet ihr dieses noch nicht gesehen haben, findet ihr einen Link unten in der Beschreibung oder ihr könnt gleich hier oben draufklicken. Sein Video ist anderthalb Stunden lang und ich habe mich dafür entschieden, das Ganze anzugucken, egal was noch kommen wird. Und das ging schon ziemlich abenteuerlich los. Nach dem ersten Upload habe ich gleich ein Urheberrechtsclaim bekommen, aber mein Widerspruch ging zum Glück erstmal durch. Mal gucken, ob es mit den weiteren Folgen dieser Serie auch so einfach klappen wird. Ich kann euch schon verraten, dass ich mindestens fünf Videos brauchen werde, um seine Lügen aufzulisten. Es wird aber nicht langweilig. Herr Hirneiser spricht sehr viele verschiedene Themen an und ich kann inzwischen sicher sagen, dass er sich konsequent irrt. Ich habe viel zu erzählen, lasst uns also gleich anfangen. So, gehen wir zum zweiten Mythos. Krebsdiagnosen sind sicher. Mythos Nummer zwei. Krebsdiagnosen sind sicher und ungefährlich. Damit meint er eigentlich, dass die Methoden der Krebsdiagnostik sicher und ungefährlich wären oder eigentlich genau das Gegenteil. Das wäre ja ein Mythos. Er möchte uns mit einem Abfall und einem Schlauch das Grundprinzip der Nadelbiopsie demonstrieren. Biopsien sind kleine Gewebeproben, die in vielen Fällen mit einer Kanüle entnommen werden, um die Verdachtsdiagnose Krebs zu sichern. Er ist der Meinung, dass durch die Biopsie Krebszellen freigesetzt werden. Das wäre ja unheimlich gefährlich, da bereits eine einzige Krebszelle zu einem weiteren Tumor wachsen könne. Seine Empfehlung? Man sollte sich deswegen nie mit einer Kanüle biopsieren lassen. Wenn Sie heute Abend etwas mitnehmen, dann nehmen Sie eins mit, lassen Sie sich bitte niemals mit einer Kanüle in einen Tumor hineinstechen. Entweder Sie lassen das Ding rausoperieren oder Sie schauen es in einer PET-Untersuchung an. Aber um Gottes Willen, man sticht doch nicht in einen Tumor hinein. Klingt auf den ersten Blick nachvollziehbar, aber so einfach ist es nicht. Solche Gerüchte kursieren schon seit über 50 Jahren, aber sie wurden immer wieder widerlegt. Er glaubt das aber nicht und bat deswegen die Bayerische Krebsgesellschaft um Stellungnahme. Und die Gesellschaft sagt hier, viele Studien konnten diese pauschale Annahme jedoch widerlegen, dass das zu Metastasen führt oder zu Zweitumoren. Ich habe die Bayerische Krebsgesellschaft gefragt, habe nie eine Antwort bekommen. Aber wissen Sie, was ich gemacht habe? Keine Ahnung, was man noch hätte fragen können. Die Bayerische Krebsgesellschaft beantwortet diese Fragen umfassend auf ihrer Webseite. Die Tumorbiopsie ist ein sicheres Verfahren und birgt keine wesentlichen Risiken für die Verschleppung von Tumorzellen. Das ist kein Mythos. Das ist ein sehr gut untersuchter Fakt. Wie wir das schon so oft besprochen haben, Tumor ist nicht gleich Tumor. Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Tumorentitäten. Bevor man überhaupt über eine Biopsie nachdenkt, macht man Laboruntersuchungen, Bildgebung, endoskopische Untersuchungen. Der Arzt muss schon vor der Biopsie abwägen, was der Befund sein könnte und hat bereits eine Verdachtsdiagnose im Kopf. Es wird außerdem mit Röntgen und Ultraschall untersucht, wo genau sich der Tumor befindet und was es um den Tumor herum gibt. Es ist nicht egal, ob der Tumor im Knochen sitzt oder im Bauchwasser schwimmt. Es gibt ganz klare Vorschriften und Empfehlungen zur Durchführung einer Probeentnahme, denen wir Ärzte strikt folgen. Wir stochern nicht einfach auf gutem Glück blind rum. Es besteht in der Regel keine nennenswerte Gefahr einer Tumorverschleppung durch eine Biopsie. Der gute Herr vergaß auch zu erwähnen, warum Biopsien überhaupt notwendig sind. Wir können ohne Gewebeproben meistens nicht sicher sein, ob ein Tumor gut oder bösartig ist. Wir müssen in der Therapieplanung außerdem die genauen Eigenschaften des Tumors berücksichtigen. Ohne Kenntnis über Oberflächenmarker oder gegebenenfalls eine Mutationsanalyse kann man keine richtige Behandlung anbieten. Die Krebstherapie wird immer genauer und gezielter. Wir müssen aber deswegen jeden einzelnen Krebs sehr genau untersuchen. Wenn man auf eine Biopsie verzichtet, verzichtet man in vielen Fällen auch auf die bestmögliche Therapie und das kann fatale Folgen haben. Daher ist diese Aussage von Herrn Hörneiser unverantwortlich, gefährlich und sie sollte meiner Meinung nach strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Bevor wir den nächsten Punkt abarbeiten, möchte ich euch aber kurz zeigen, was für eine coole Sache ich endlich gefunden habe. Ich muss mal die andere Kamera einschalten. Ich wollte mir schon seit Monaten so ein Soundblanket oder Schallabsorberdecke anschaffen, aber ich habe sowas einfach nirgendwo gefunden. Ich habe vor etwa drei Wochen die Firma mit dem schwer auszusprechenden Namen Vocalbooth2go entdeckt und gleich eine Decke gekauft. Und ich bin sowas von begeistert. Lasst es mich mal kurz abmachen, sodass ihr den Unterschied hören könnt. Ohne diese Decke hallt es deutlich mehr und es kommen reichlich Störgeräusche durch. Wenn ihr das nicht gleich hört, versucht es bitte mit einem guten Kopfhörer. Die Decken haben außerdem eine weiße und eine schwarze Seite und sind deswegen auch zur Steuerung des Lichtes gut einsetzbar. Ich weiß, dass manche von euch Videos und Podcasts machen. Sowas könnte euch vielleicht deswegen interessieren. Die Teile sind echt günstig und wirklich gut. Einen Link findet ihr in der Beschreibung. Also, weiter geht's. Ich habe die Bayerische Krebsgesellschaft gefragt, habe nie eine Antwort bekommen. Aber wissen Sie, was ich gemacht habe? Manchmal denke ich, ich bin der einzigste Mensch, der sich mit Google auskennt. Weil man muss einfach mal da hinsitzen und mal zwei, drei Worte eingeben. Und Google ist so ein tolles Instrument und zeigt einem dann alle diese Studien. Schauen Sie mal, was ich an einem Tag gefunden habe. Ich habe an einem Tag all diese Studien hier gefunden, die zeigen, dass Biopsien vermehrt zur Metastasierung bzw. Zweitumoren dienen. Und ich könnte noch mehr Ihnen hier sogar zeigen. Also, wenn man da heute hergeht und irgendetwas anderes behauptet, dann behaupten das nur Menschen, die einfach nicht googeln können. Ich denke schon, dass ein bisschen mehr dazu gehört als googeln. Ist das wohl Ihre wissenschaftliche Methode, Herr Hörneiser? Sie googeln nach Studien, die Ihre vorgefertigte Meinung bestätigen? Das nennt man übrigens Cherrypicking. Und damit bezeichnet man nicht gerade etwas Gutes. Jeder kann 10, 20 Studien finden, die etwas oder das Gegenteil davon beweisen. Solche Listen sind irrelevant. Es scheitert wieder an der Interpretation. Man sollte die sehr solide Datenlage, die einheitliche Meinung von allen Experten der Welt, nicht so einfach ignorieren. Es ist mir ein Rätsel, wie jemand sich trauen kann, sich selbst nach ein paar Google-Suchen als Experte zu profilieren. Nein, so funktioniert das nicht. Natürlich gibt es einzelne Fallbeispiele für alles. Es werden aber seit vielen Jahrzehnten jedes Jahr mehrere hunderttausend, gar Millionen Biopsien weltweit durchgeführt. Diese massive Gefahr ist dennoch niemandem aufgefallen. Krebsgesellschaften rund um die flache Erde sind alle der Meinung, dass Biopsien sicher und wichtig sind. Herr Hörneiser stellt also mit seiner gegenteiligen Behauptung praktisch eine weltweite Verschwörungsidee in den Raum. Die ganze medizinische Welt würde ein dunkles Geheimnis hüten. Tut man immer so, wie wenn die Pathologen so unglaubliche Wissenschaftler wären. Wir haben permanent Probleme mit Pathologen weltweit. 1997 hat ein Professor in Chemnitz damals, der hat sich dann in die Luft gesprengt mit seinem Labor, als der Staatsanwalt da war. Der hat einfach alle Frauen, die da zur Untersuchung des Materials geschoben haben, gesagt, die haben alle Brustkrebs. Und tausende von Frauen wurden einfach behandelt. Tausende von Frauen wurden einfach behandelt, sagte er. Lasst uns mal seine geliebte wissenschaftliche Methode gegen ihn verwenden. 33 Frauen hatten Anfang 1999 Anzeige erstattet, weil sie vermuten, dass sie sich aufgrund fehlerhafter Brustkrebsdiagnosen eine gesunde Brust haben amputieren lassen. Die Anzeigen galten zwölf Ärzten und Vertretern von Aufsichtsbehörden. Nun musste die Staatsanwaltschaft gegen neun Beschuldigte die Ermittlung einstellen. Die zentrale Figur der Affäre war ohnehin nicht darunter. Die fragwürdigen Diagnosen hatte der Pathologe Josef Chemnitz gestellt. Vermutlich absichtlich falsch. Eine einzige Frau, die durch eine absichtlich falsch gestellte Diagnose leiden musste, wäre schon zu viel. 33 Fälle kann man zu Recht als Skandal bezeichnen. Herr Hörneiser redet aber von Tausenden von Frauen und nennt dieses Beispiel, in dem es offenbar um einen Geist des kranken Pathologen ging. Wie kann man sowas pauschalisieren, Herr Hörneiser? Sein zweites Beispiel ist aber auch kaum anders. Er erwähnt einen Fall aus dem Jahr 2019. Dabei handelt es sich um einen einzigen Suchtkrankenarzt. Das gleiche haben wir dieses Jahr gehabt in Saarland. Schauen Sie mal hier, 85 Kliniken. Da war so ein verrückter Pathologe, der hat einfach alle Frauen gesagt, die haben Krebs, wo man ihm irgendein Material hingeschickt hat. Und anhand dieser zwei einzeln Menschen versucht er, einen ganzen Beruf schlechtzureden. Das kann man einfach nicht ernst nehmen. Die Pathologen, die haben ein Lieblingswort. Das heißt, ist am ehesten zu vereinbaren mit. Die Ärzte denken dann immer, wenn da steht irgendwas, dann ist es diese Diagnose. Aber das ist es nicht. Herr Hörneiser, Ärzte denken nicht so. Die meisten von denen sind nicht so einfach gestrickt wie manche Google-Helden, die ich so kenne. Der Pathologe schreibt häufig, dass etwas am ehesten zu vereinbaren mit etwas wäre, da der Pathologe lediglich eine Gewebeprobe untersucht und die Verantwortung für die Richtigkeit der Diagnose und für die Einleitung der richtigen Therapie dem behandelnden Arzt überträgt. Der behandelnde Arzt sammelt alle Untersuchungsergebnisse zusammen, untersucht den Patienten, schickt die meisten selbst entnommenen Proben zu den Pathologen und erstellt dann die Diagnose nicht der Pathologe. Ich finde es einfach lustig, wenn jemand, der nicht vom Fach ist, erklären will, wie bestimmte Sachen im klinischen Alltag funktionieren. Er ist bestimmt einer, der in der Autowerkstatt auch erklärt, worauf die Jungs mal aufpassen sollten. Und ja, ich weiß, von mir aus hat er mal ein paar Jahre irgendwo als Krankenpfleger gearbeitet, aber das verleiht ihm definitiv keine ärztliche, gar pathologische Kompetenz. Ich gehe nicht auf das Detail hier ein, dieser ganzen Arbeiten, aber glauben Sie mir, so oft sind einfach die Diagnosen falsch. Und es gibt tausende in PubMed, tausende von Studien. Warum? Warum sollten wir Ihnen glauben, Herr Hörneiser? Sie reden nur seit einer halben Stunde und ich mache schon das zweite Video über die Fehler und Irrtümer, die Sie verbreiten. Es wird aber noch besser. Er erzählt gleich, dass Krebskrankheiten eigentlich gar nicht tödlich sind. Und warum macht man denn das überhaupt? Man macht hier eine unglaublich große Angst, weil man sagt, okay, wenn Sie das jetzt nicht machen, dann haben Sie nächste Woche Metastasen oder nächsten Monat sind Sie tot. Aber stimmt es denn eigentlich, dass Tumore dieses Tödliche sind, von dem immer gesprochen wird? Rechte ist eine Patientin von Professor Hackital gewesen. Also das Rechte ist ein sogenannter schwarzer Hautkrebs, ein malignes Melanom, wo jeder Arzt Ihnen sagt, wenn Sie das nicht sofort therapieren, sind Sie in sechs Monaten tot. Sieben Jahre hat es gedauert, dieser Tumor. Sieben Jahre. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein paar Bilder. Das stimmt wieder nicht. Falsch! Kein Arzt würde sagen, dass jemand mit einem Melanom in sechs Monaten sterben wird. Sowas sagt man grundsätzlich nie. Die Überlebenschanze hängt außerdem sehr stark davon ab, in welchem Stadium die Erkrankung entdeckt wird. Die Prognose im Frühstadium ist echt gut. Die durchschnittliche 5-Jahres-Überlebensrate für alle Patienten mit einem neu entdeckten Melanom beträgt 93-95%. Im Frühstadium sogar fast 100%. Sobald sich das Melanom auf die Lymphknoten ausgebreitet hat, wird es aber schlimmer. Von 100 Patienten mit Lymphknotenmetastasen leben in fünf Jahren nur noch 63. Von 100 Patienten mit Fernmetastasen leben in fünf Jahren nur noch 20. Wenn man diese Tumore im Frühstadium entfernt, ist der Patient geheilt. Das war eine Frau, die zu uns ins Zentrum kam. Die ist 25 Jahre nicht zu einem Arzt gegangen, hat 25 Jahre einfach ihre Brust fotografiert. Die müsste also schon längst tot sein nach allem. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie groß Tumore werden können. Es gibt immer einzelne Patienten, die weit über die durchschnittliche Lebenserwartung hinaus leben. Aber Frauen, die mit ihrem Brustkrebs nicht so lange leben, können nicht mehr darüber berichten, dass sie bereits verstorben sind. Bereits verstorbene Patienten klopfen nicht mehr bei Herr Hörneiser. Wenn er sich nur mit den wenigen Menschen beschäftigt, die außergewöhnlich lange überlebten, gewinnt er am Ende ein sehr verzerrtes, realitätsfremdes Bild über die Krankheit. Genau deswegen sind solche Einzelbeispiele so sinnlos. Herr Hörneiser hat einfach keine Kenntnis von den Patienten, die eben keine Ausnahmen sind. Sie sind aber die Mehrheit. Das ist ein klassisches Beispiel für einen Fehlschluss, der durch die falsche Analyse einer nicht repräsentativen, sehr selektiven Probe entstand. Ich möchte das Ihnen einfach mal zeigen, weil heute unglaublich Angst gemacht wird. Wenn Sie heute nicht sofort irgendwas therapieren, sind Sie nächste Woche tot. Das stimmt einfach nicht. Das sagt auch keiner. Man muss aber seinen Patienten erklären, dass das Risiko für die Ausbreitung eines Tumors mit der Zeit steigt. Man muss auch immer ganz genau differenzieren, um was für einen Tumor es sich handelt. Um einen kleinen Prostatatumor wird man sich sicherlich nicht so viele Gedanken machen wie um einen Bauchspeichertrüsenkrebs. Gehen wir mal zum nächsten Mythos. Welche universitären Krebstherapien gibt es? Mythos Nummer drei. Millionen von Studien beweisen die Erfolge universitärer Krebstherapien. Diese Therapien wären Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, Antihormontherapien, Target-Therapie und Gentherapie. Operation ist klar, das ist der heilige Kral, da spricht man nicht drüber. Aber wenn wir etwas ändern wollen in der Onkologie, müssen wir auch über Operationen reden. Und Achtung, dass Sie mich nicht missverstehen, ich bin nicht gegen Operationen. Ich bin aber auch nicht dafür, wie es heute heißt, dass sofort jeder am nächsten Tag operiert werden muss. Das stimmt genauso wenig. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass er uns endlich verrät, wann seiner Meinung nach das ideale OP-Zeitfenster wäre. Es gibt aber in PubMed ganz viele Studien, die zeigen, dass Metastasierungen erster Operationen passieren. Auch hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein und muss jede Operation genau überlegen. Ja, genau das machen Ärzte ja auch. Natürlich können Metastasen durch eine Operation entstehen, Tumorzellen gestreut werden, Mikrometastasen können aber schon zum OP-Zeitpunkt überall vorhanden sein, aber diese findet man mit keiner Untersuchungsmethode. Das ist technisch nicht möglich. Daher gibt es in der Regel zusätzlich zu der OP eine Chemotherapie als Nachbehandlung. Damit will man die eventuell noch verbliebenen einzelnen Krebszellen zerstören. Aber heute ist es so, wir tun zuerst operieren und dann therapieren wir. Das Problem dabei ist jedoch, wenn wir operieren und dann erst therapieren, haben wir anschließend keinen Mechanismus, wo wir feststellen können, ob die Therapie etwas taugt. Wenn ich zuerst therapiere und tue dann operieren, kann ich während der Therapie schauen, wie der Tumor reagiert und kann dann eben erst zwei Monate später operieren, wenn es nicht funktioniert. Wir gehen also doch in die Richtung, eher nicht zu operieren. Er ist also nicht gegen OPs, aber diese sollten erstmal hinausgezögert werden. So etwas gibt es übrigens in der Medizin und man nennt diese Therapie Neoadjuvante Therapie. Dr. Gog Hörneiser, ich habe mir diesen Titel gerade für Google-Doktoren ausgedacht, weiß also nicht, was Neoadjuvante Therapien sind und dass sowas überhaupt existiert. Und er tut wieder so, als hätte er etwas Revolutionäres ausgedacht. Oft wie bei Brustkrebs sehe ich, dass wenn Frauen sich nicht operieren lassen und sie therapieren zuerst, dass sie später oft gar nicht mehr operiert werden müssen. Naja, wenn sie tot sind, müssen sie nicht mehr operiert werden. Oder wie meinen Sie das, Herr Hörneiser? Welche Therapie würde also genauso effektiv sein wie eine OP? Das kann doch keine medizinische Therapie sein. Sowas kennen wir ja nicht. Ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir endlich mit einer völlig verrückten alternativen Therapieempfehlung konfrontiert werden. Ich verstehe übrigens dieser Dr. Reis Gog einfach nicht mehr. Sie wollen uns häufig mit irgendwelchen Studien oder gar mit langen Studienlisten überzeugen. Irgendwann kommt aber in der Regel heraus, dass Studien gar nichts taugen würden. Und hierfür gibt es einen Standard, den sogenannten Goldstandard der Studien. Das nennt sich Placebo-kontrolliert, randomisiert, doppelblend. Was bedeutet das Ganze? Placebo-kontrolliert ist klar, das kennt jeder. Aber in der Onkologie, in den Studien, gibt es keine Placebo-kontrolliert. Das ist klar, weil wenn man den einen Chemotherapie gibt und den anderen Placebo, das weiß man sofort nach einer Stunde, wer in welcher Gruppe ist. Also gibt es das nicht. Das stimmt nicht. Falsch! Placebo-kontrollierte Studien gibt es zwar selten, aber die werden gemacht, wenn wir für etwas keine Standardtherapie haben. Wenn es eine Standardtherapie gibt, dann kann man ein neues Mittel zusätzlich zur Standardtherapie geben und mit Standardtherapie und Placebo vergleichen. Es gibt es randomisiert, das bedeutet zufällig ausgewählt, gibt es auch nicht. Die Studienprotokolle heutzutage sind so eng geschnitten, es gibt gar keine randomisierte wirkliche Studien. Selbstverständlich müssen die Studien randomisiert sein. Das bedeutet nur, dass Studienteilnehmer zufällig in die einzelnen Gruppen eingeteilt werden. Es spricht auch nichts dagegen, das muss problemlos möglich sein. Die Behauptung, dass Studien so eng geschnitten wären, dass man sie nicht mehr randomisieren könne, ergibt keinen Sinn. Man kann auch einen einzigen Menschen randomisiert in eine Gruppe einteilen. Das würde ja gar nicht anders gehen. Jeder Studienteilnehmer muss ja einzeln randomisiert werden. Ist das noch doppelblind? Nein, das gibt es auch nicht. Doppelblind bedeutet, dass weder der Patient noch der Arzt weiß, wer eine Chemotherapie bekommt. Aber ist ja klar, dass wenn einer eine Chemotherapie bekommt und der andere nicht, weiß man das auch sofort. Also das Einzige, was noch übrig bleibt, sind Studien. Wie gesagt, das stimmt vielleicht bei manchen ganz neuen Therapien, aber es stimmt definitiv nicht, wenn diese in Kombination mit der Standardtherapie gemacht werden. Man kann sogar chirurgische Eingriffe doppelblind machen. Wisst ihr eigentlich, dass in Studien sogar Pseudooperationen durchgeführt werden und es Methoden gibt, diese so zu gestalten, dass am Ende sogar der Chirurg selbst nicht weiß, ob er die echte oder die Pseudo-OP durchführte. Wenn es so weitergeht, werde ich den Dr. Gog-Titel zurücknehmen müssen, Herr Hörneiser. Es gibt keine randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblind-Studie in der Onkologie. Das gibt es jetzt seit 50 Jahren nicht. Die einzige Studie, die ich gefunden habe, war in Italien bei Hodenkrebs. Sonst habe ich bis heute keine, von den Tausenden von Studien, habe ich keine einzige gefunden. Okay, ich nehme seinen Titel zurück. Ich möchte Ihnen mal eine Frage stellen. Stellen Sie sich einfach mal folgendes Szenario vor. Sie gehen zu einem Autohändler und bestellen dieses blaue Auto. Vier Wochen später gehen Sie da hin und dann sagt er zu Ihnen, das ist Ihr Auto, das rote. Und wenn Ihnen das nicht gefällt, kann ich Ihnen noch das kleine gelbe anbieten. Und jetzt frage ich Sie einfach, würden Sie das bemerken? Ja, ja, ich würde es auch bemerken, ganz sicher. Ich würde es sicher bemerken, wenn ich da... In der Onkologie ist das nicht der Fall. Möchte ich Ihnen mal zeigen. Haben Sie vielleicht mitbekommen. Letztes Jahr... Also das werden wir im nächsten Video besprechen. Ich hoffe, dass ihr mit mir dieses Mammutprojekt durchhaltet. Ich befürchte, dass das Schlimmste noch auf uns wartet. Ein kleines Update. Ich weiß das inzwischen sogar. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Haltet bitte durch. Es wird weiterhin spannend.